Hallo, ihr Lieben! Wie geht's? Wortschatz zum Thema Kerze. Kerze. Leute, das ist die Kerze. Die Kerze. Plural Kerzen. Das ist der Kerzenständer. Der Kerzenständer. Die Kerze besteht aus das Wachs. Das Wachs. Und das ist der Docht. Der Docht. Das ist Feuerzeug. Jetzt zünde ich die Kerze an. Anzünden. Die Kerze brennt. Die Kerze brennt. Und das ist die Flamme. Die Flamme leuchtet. Jetzt puste ich die Kerze aus. Auspusten oder ausblasen. Jetzt blase ich die Kerze aus oder puste ich die Kerze aus. Und das ist der Rauch. Pass auf! Untertitelung.